Gehen in Ausfallschritten Machen Sie mit Ihrem rechten Bein einen Schritt nach vorne. Landen Sie erst auf der Ferse und dann auf dem Vorderfuß. Senken Sie Ihren Körper, indem Sie das Knie so weit beugen, dass es fast den Boden berührt. Machen Sie mit dem anderen Bein einen Ausfallschritt nach vorne. Wiederholen Sie abwechselnd die Ausfallschritte, jeweils mit dem anderen Bein. Wiederholen Sie die Übung fünfmal auf beiden Seiten. Untertitelung des ZDF, 2020